Noch weiter zurück, du bist noch nicht im Bild, grüner Punkt. Ein bisschen weiter nach rechts, äh links, Entschuldigung. Drei, zwei, eins, los! Fertig! Wahreschön, das mit den Reflektionen ist auch echt geil. Das mit den Reflektionen ist echt geil. Ich finde der Kran, der ganze auch. Was ist der Kran? Mist, der Kran vorm Rathaus-Tür. Ah ja. Ah ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.